Frühling, Sommer, Herbst und Winter Diese Worte rufen Bilder in unserem Bewusstsein hervor. Bilder wiederum erzählen Geschichten. Auf der Reise zu den Jahreszeiten begleiten mich bewegende Gedanken. Das einzig Beständige ist die Veränderung. Das Landschaftsbild wandelt sich in unfassbaren Dimensionen und oft nur während eines Atemzugs. Bei der Suche nach Motiven in den österreichischen Kultur- und Naturlandschaften erscheint es mir, als würde ich unendlich viele Augenblicke versäumen. Genau diese Versäumnisse und die unstillbare Neugierde sind der Anreiz zum Weitergehen und bringen mich zu den Orten, an denen uns die Natur Einblicke in ihre Kraft und Schönheit schenkt. Herzlich Willkommen bei Made in Austria Open Air, einer fotografischen Reise zu den Jahreszeiten. Musik Musik